Und natürlich müssen wir wieder auf May fahren. Genieee, was ist für mein Kleiner? Ins Feuer. Hier kriegt's noch Fisch. Sorry, ich mach die Hose zu. Du hast ne andere Kette bekommen. Hahaha, jetzt riecht der Fisch. Okay, ich mach die Hose zu. Okay, Mia, du kriegst auch so die Kette. Ich bin Feuerbändiger. Ich sitze auf Feuer. Oh, lass bloß keinen fahren, sonst brennen uns allen die Augenbrauen weg. Ich glaub's dann gibt's ne thermonukleare Explosion. Ja, genau. Du kochst dich selbst, oder? Hm. Hey, warte. Oh, hier. Oh, hier. Oh, Alter. Ein Wunder, das wird noch nicht ausgehext oder so. Ja, aber das ist ja nur zweideutig. Also man kann's auch richtig verstehen. Der Grillpirat aus dem Fass. Hahaha. Mit der Banane oben drauf. Äh, die halb geschält ist. Hey, Michelle. Hier. Vorher ist es auf dem Brunnen. Brunnen? Hinter dir. Ach, da. Oh, hier. Toffel schwimmt oben. Oh, hier. Oh, hier. Toffel schwimmt oben. Die Taste. Jo, Y. 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 Das ist ja immer schön, kleiner Fisch. Und, ah, guck mal. Tanzen, jubeln, klatschen. Klatschen? Wanken, äh, winken. Wanken ist das Drama hier. Schlafen. Warum Y? So. Was gibt's noch? Tanzen. Ich winkt Salzwerter zu. Mhm. So. Und jetzt, äh, Michel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du, 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 du. Noch ein bisschen tanzen. Ach. Legen. So, wir sollten mal weiterfahren. Also hopp. Hopp hopp hopp. Pferdchen aufgelobt. Oh, hier ist ne Hai. Hi. 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 Hey. Ich hab mal das Schiffset geändert hier. Ich mach mein Licht an. Das ist ja gefährlich. Guck mal, wir fahren mit Warnblinker. Rechts und links an. Haha, mit Warnblinker. Ja. das war wenig lampen was ist mit dem kann passiert die leuchten jetzt wieder durch den engen schlitz war oh ja die witzers hat schlitz gesagt durch den ganz engen schlitz der engen schlitz muss man gleich zu fuß geben schlitz du sagst du mal schlitz willst du etwa diese segel an diese schönheit so ein glühendes rohr macht schon einen druck ich setze mich jetzt in meine kajüde hier also schlafen kannst du wenn du tot bist ich habe gesagt ich setze mich rein gleich dürfen wir erstmal mit mobs geschwindigkeit hat ruhig so lange du dich nicht auf das glühende rohr setzt ist alles okay hat mich doch schon reingesetzt raus sitzen hier hat es nach der terrasse hier hinten mit mit liegestand und so nicht um meinen alkoholflaschen hier unten komm nicht rein wahrscheinlich ist hier der schnapsladen von zeus ist mein ramm schlagen sein was eine ramm schlagen ramm schlagen kiosk deine 1 euro laden er ist ein gemischt war der händler zuerst den vierten jahr erlaubt aber ein mischling ist ja nicht das hat mich auch nicht gesagt sowohl Prozent 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 die die keine Spandauer für die nicht so laut schwarze Liste kommen in den Honsa Rüstet cool flaggen keine flagge erinnern diese bildlichen was brötchen ja hier unten schwimmen brötchen warum komme ich nicht mehr runter verdammt ich hänge fest und tue ich mir egal wozu gibt es banan ich wollte auf dem segel runter gleiten das hat nicht funktioniert wenn ein chinesen mit einer blondine aus dem bäcker kommt was hat er sich dann gekauft ich setze jetzt auch mein stück die bild von litschack auf der linken seite der rechten von meinem herr glühende rohre und anker das ist ein guter tag um ihn sehr gleich noch zusammen mit der macht der geschehen banane erobern wir das gleich schenklige dreieck vor der heiligen spalte sehr guter titel absolut möchte jemand das bild meines meisters sehen das bild eines meisters gemalt er lockt mich in sein zimmer oder ich fliege durch die decke er hat mich er hat mich ich muss hier raus ich habe ihn her gelockt warum haben wir eine banane als flagge ne geschälte banane wohl bemerkt warum die die passt zu dem schlitz da jetzt ein wunderschönen guten abend die bananenbande geht doch nichts über eine geschälte banane und das mittlere nur zur hälfte wie das hier segel winkel der winkel ist falsch ja winkel ist nach rechts und so jetzt kann ich fahren warum wir dass es nicht zu eng wird nicht weiter hoch es gibt nicht zu eng eng ist ein denbarer begriff weiter geradeaus aus luft wortwörtlich dingbar was genau welcher fettstag steht er vor mir verwischt warum sind wir bei den evoks sind im sumpf bei tier dorma wie wollen ich habe ohne spielen das gibt es sonst kratzer das hat meine mutter auch immer gesagt hör auf mit der herpode zu spielen ich im alter von vier jahre den golfe erschossen oh gott muss schon lang schon lang es geht die ganze zeit schon so hört ihr mal auf in der ruhe vorne rum zu spielen wir lenken nur hört auf mit dem ding zu spielen ähm ding zu spielen lass das ding in ruhe jetzt habe ich so viel gewackelt oh gott oh gott hör auf damit zu spielen das stimmt ja genau ich muss gucken wo ich lang muss ich habe mir keine patsche erlauben ich habe letztens einen blinden stadt gesehen und dachte mir ja der hat es durchgezogen sie müssen keine ahnung bei rechts passen wir nicht durch dafür sind wir ein bisschen zu fett ach was und mit toffel an bord wird das recht nicht mit ein bisschen spucke und guter wille geht das auch wo ist der köhler zu ach für das gibt es ja vaseline ja genau also kennst du nicht aus was ist da eine ne ist keine wasserbombe das sind gibt es nur eine arschbombe sehblumen und hoffel du rechts genau mit ja etwa geschmack zum beispiel aber du hast vorhin gesehen so ist das der fette charakter wenn die als die beiden anderen dünnen lauchtypen die hier rumflitzen und die schoß stößt nicht so leicht von bord habe ich da nicht eine schöne banane ist es schon ja es ist schon fsk 18 hier es ist wohl hier schon fsk 25 wieso aber fsk 18 ist eh egal also wenn das jetzt schon eskaliert dann kann Fortnite heute Abend ja noch lossehen ja aber da muss man aufpassen dass dann das Publikum wieder jünger sorry oh vögel ich höre den Hund ich höre den Hund ich höre den Hund nein so lange nicht wir sind hier nicht in Tila dass du den Hund essen darfst möchte doch gar nicht Abflug kann aber die Möwen nicht abschießen genau oh das sind Fledermöwen das sind Fledermöwen alle im Koffel die Kerben ohneartig angelächelt ne äh ich wollte genau so lange es nur so passt des Dschungels nur äh ein paar Knochen schenken was würdest du schenken? ein paar Knochen an die Hund fließt ran nee noch gesticken fest nö nö es läuft noch man muss nur ein bisschen mit Gefühl da ran weißt du ja haponier mal auf links hier auf links ein bisschen nah ran ok wir müssen nach da ja aber wir müssen aufs Ufer aufpassen egal ist doch mein Schiff stimmt ok wir haben heute wieder rechts wüsst ihr nicht wie man die gut perfekt bedient also gete wenn man hin gehen jetzt muss ich mal die schweren dieOs sp thorough schön immer nur zweideutig jetzt muss ich jetzt mal die Schwenen geschütze auspacken bevor hier noch einer abtuiger Phase Klassien drüben, schwer geschippte. Klassien drüben. Wer zweitächtig denkt, hat eindeutig mir spaß in blieben. Ja, ich habe ja noch ein Lienenloch von innen gesehen, also muss ich ja irgendwas gut machen. Was ist ein Lienenloch? Ja, was für ein Loch. Was? Ja, Mann, bist du da? Also du bist auch ganz schön abgemagert, ne? Kann das sein? Ich leite unter schwerer Mager-Sucht. Ja, jetzt komm gut. Sieht auch so aus. Genau, keine Zähne mehr und so. Guck mal, ich habe eine Taschenlampe. Ich habe eine Piu-Piu-Bombe. Hast du eine Taschenlampe oder freust du dich so, mich zu sehen? Ich weiß nicht, aber guck mal, du brennst für mich. I'm burning, burning, burning. Das ist ja bombastisch. Von weg geschossen. Mann, überbohrt. So viel dazu, die Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. Wieder da. Das ist ja schütz. Oh, Alter. Oh, Achtung, lenken. Klingt ja schon scharf. Ja, ich auch. Du wirst schon scharf, was? Du wirst ja scharf. Ich lenke mit. Die wird scharf beschissen. Passt. Oh, oh, oh. Das ist deutlich schwerer mit einer Galli als mit einer Schaluppe. Stell dir vor, das Chip ist auch einiges größer. Es kommt ja auf die Größe an, nur auf die Technik. Oh, es ist auch noch teurer. Oh, hier. Cheeks. Na, Ladies, seid ihr öfter hier? Ich will nicht spielen lassen. Hallo. Vorsicht, das sind Kannibale. Michael ist ein... Meinst du? Oh, weg sind sie. Jetzt sind sie weg. Die haben mich verkackt, pup eiert. Aha. Schnell wieder rein. Jetzt bin ich auch noch nass wegen denen. Haha. Feucht. Ähm, feucht. Wer betätigt hier dauerhafter Ding? Äh, ich nicht. Äh, welches Ding? Ich glaube, Toffel spielt gerade an seinem Ding. Ähm, keine Details, bitte. Keine Details, bitte. Ich kann den Helfer nicht mehr loslassen. Das kenne ich. Ich will an seinem Ding, äh, keine Details, bitte. Ich will das los, dass sowas geht nicht. Alter. Achtung, da kommt ein Fels recht nah auf der linken Seite. Ich will auch nur kuscheln. Fahr mal steuerbord hier. Ich fahre jetzt. Ich hau jetzt ab. Oh, oh. Jetzt ein Bord. Gleich macht's rum. Oh, Quatsch. Boah. Eingeparkt wie ein junger Gott. Ja, bye, bye. Ich verlasse euch. Das Schiff bleibt jetzt erstmal so stehen. Bye, bye. Juni-Mond. Bleibt einfach auf dem Schiff. Okay. Jünther ist ja bei dir. Jünther, kannst du bitte bei ihm töten? Wen töten? Nicht. Dich. Oder wegspringen. Irgendwie. Ich komme bei diesen fast nicht mehr los. Oh, oh. Ich komme, ich komme. I'm coming. Ich finde das auch unfassbar. Der Hebel ist abgebrochen. Der hängt in meiner Hand und irgendwie. Ich wüsste doch. Ach, da bist du. Ich komme bei ihm fast nicht weg. Erschießen kann man sich nicht. Oh, stimmt. Jetzt bin ich so, ne. Was sagen, Toffel hat so viel an seinem Ding gespielt. Nein, du bist eine Granate. Ja, warte, ich komme. Also ich bin eine Granate. Äh, was? Äh. Du bist 14. Das kann ich so nicht bestätigen. Oh, was hab ich nicht entdeckt. Ah, Krug erforderlich für Krog. Verdammt. Aber ich bin Alkoholbesuch. Geht doch nicht. Ich hab endlich Alkohol gefunden. Doch, meinst du nicht. Alkohol. Das ist doch Alkoholverschwendung. Typ Holz. Alkohol macht Bierhool. Ich Bierhool hat's mit Platz für Alkohol. So, warte. Das Tötungskommando ist ja schon da. Das Tötungskommando. Sack dir ein. Ja, warte. Das Säckchen voller Wunder. Nöööö. Also alle mal ein Dekum. Wusste gar nicht, dass du auch einen hast. Oh, perfekt. Juh. So, dann kommen sie mal mit. Passt den Hewag nie wieder an. Sack dir. Das nöch ich mir. Sack dir an, geh an, fast nicht die Banane rauszunehmen. Fasst die Banane nicht mehr an. Hast gesehen, was passiert. Das war das Wasserfass, Mann. Jaja, sagen sie alle. Hello. Guck. Hello again. Oh nein. Oh, hallo. Zeus wurde eingeschläfert. Oh, guck mal hier. Kundschaft. Guck mal hier. Guck mal, meine Kavionsfigur. Wenn ihr uns weht, verkaufen wir euch Döner für 4,50. Ne, wir verkaufen euch Döner für 20 Euro. Ich dachte, für 16,60. Was? Ne, denn für 8,88. Für 16,60 Franken. Gott. Dann ist ja jetzt recht unbezahlbar. Digga. Nur ist fast gleich über Euro. Genau. Irgendein Loch habe ich je übersehen. Ja. Äh, das habe ich mir für die Disco auch immer gedacht. Äh, ein Loch. Loch ist Loch, sagt der Dönerkopf. Und für gut ein Hermli. Äh, was? Loch ist Loch. Was reinkommt, ist Wurst. Was sagt dir eine Sau zu anderen? Es ist mir Wurst, was aus uns wird. So, hör. Das mag ich halt überhaupt nicht. Was? Wo ist das alle? Irgendwo muss man noch was anzünden, aber ich weiß nicht wo. Also, sag doch was. Dann gucken wir mit. Äh, wie wärst du hier mit? Da hast du eine Fackel. Fackel dem Sturm. Hat die hier einer angezündet? Nö, die war schon. Jünter. Er streckt seinen Kopf durch die. Das Ding. Dingens. Muss die unbedingt hier sein? Oder kann die auch? Neben, hinten, andere Insel. Ich geh mal nochmal gucken. Guck dir da, ich guck mal hier. Genau. Ja, hier ist, ich sehe was. Ich hab nur kein Feuer. Eigentlich hat doch hier dein Feuerzeug mit. Ist das so? Ein, ja, brennt's. Hm, nö. Ich schon eher eine Lampe. Ah, eine Lampe, hab ich. Soll ich noch mehr hier? Nö. Ich verstehe es nicht. Guck mal, hier ist eine Fackel im Wasser, wo ich stehe. Habe ich Feuer? Oh, ich hab Warnio. Ne Jolapeno. Oh, wie cool. Absolut mehr. Das war eine Schlürze. Das war doch Skalen-Ohame, ne? Nee, 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 nee. Das ist, wie das. Das tut mir jetzt gut. Das hat immer gut, die Arme. Wie du? Das ist so, Kocki. ja was war denn mit der fackel dahinten wo ich gerade stand ich weiß wie es anzünden kann da verkehren wir nicht lange die andere lateine aber ich weiß ach so ich muss einmal youtube befragen aber was glaubst du wie ich die meisten 100 prozent dinge gemacht habe stimmt red butler das riecht das hat er keine lateine jetzt mal da muss die kerzen anzünden hier aus von denen waren es jetzt alle ja dann kommt man ich muss kacke was ... die alle Tannoy... ... muss mir gut sein. Wow, wow, wow. Der 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 drei So ist es schon wieder auf dem Boot Ja wer ist einsteig der bleibt hier Letzte aufruf Okkannern und Leid das heißt du hast hier Graffiti an deinem Buch burner schau doch mal die kalionsfigur an auf zu abonnieren bleibst du hier danke fürs anbarazin ich hätte es auch alleine geschafft ja du schwimmst immer so lange ja kannst mir gleich anschlag sagen dass wir ja das ist korrekt das wäre auch scheiße wenn es nicht so wäre das korrekt irgendwie habe ich das kapitel öffnet eine donnerbombe hinzuschmeißen was besäufnis was michel vom holen schmeißen dem hund gefällst das gefällt mir was das war der hund also der chef hat gelacht ich bin der chef bisschen nicht zusammen spielen der hund hatte gerade auf den fuß gefisst übrigens er kann doch gar nicht mehr ein bisschen da doch kein ding mehr memory wir brauchen ein schlagzeuger warum wir machen hier wird eine band aber nehmen wir mal ein anderes lied so wir gehen jetzt alle in den knoscht wo holt man solche instrumente raus kuh und dann auch mit f für mehr oder alter viel getrunken ja ist gut meinst du wirklich ich habe nur den hochland kompressor hier und die dingens kein schlagzeug ein bisschen schlagzeuger ich konnte nicht nicht mehr noch mal aus es ist für mich auch nicht mehr bin wir ich 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 wir Oh, der Frostsauce! Welcome off the island! Ich wollte gerade wieder einsteigen. Ja, jetzt sind wir eh da. Jetzt bauen wir die Musikzeit vorbei. Wir haben nur ein Stück. Wer hat Geburtstag? Niemand. Irgendjemand hat immer Geburtstag. Bei mir ist es eher später. Bei mir ist es nicht so sehr. Ja, du bist schon durch zu Hause. Aber Führerschein fängt er an. Oh, geil. Bei mir dauert es noch zweieinhalb Monaten. Für die Führerschein? Nächstes Wochen? Nee, mit dem Geburtstag. Ja, Mai. War das irgendwann? Nee, nicht Mai, du doof. Zweieinhalb sind doch Juni dann auch nicht. Ja, Juni. Ich habe irgendwie Mai im Kopf. Dafür hat es ja fast. Hm. Ich fahre mal nur auf die Kuh der all der Art rüber. Keine Ahnung! Hä? Keine Ahnung! Hä? Keine Ahnung! Ja! Ich versuche aufzumachen. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Ich hab's offen. Ich wollte mich jetzt auf die gute alte Art rüber schießen, aber naja. Ja, ich hab einfach mal vorne. Ja, ich hab einfach mal vorne. Ich hab vorne bei Aggie der Tanne angezündet, dann geht's auch auf. Ja. Ja, er ist schon oben. Ja, er ist schon oben. Ja. 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 Geh lang. Auf den Boden. Ja, was sollst du denn hier? Ach so. Ah. Was haben wir denn da? Bin ich zu tief? Ah, guck mal. Ein Loch. Da will ich rein. Wo ist das Loch? Ja, am Loch. Vor allem Zeus hat uns verarscht, weißt du. Wir standen hier oben draußen. Wo wir jetzt auch wieder sind. It's a prank. Wir haben ein Loch gesagt. Guck mal, wie ich hier das wanted. Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Kann man da... Ne, kann man nichts machen. Finger stolpert. Du stolpert. Spanischer Kapitän. Spaniole. Spanischer Kapitän. El Capitano. Bueno. Solange es nicht Salazar ist, geht's ja noch. Auch noch. Wie lange. Pailando. 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 Amigos adios. Adios. El Silenzio. Ah nee. Kiste. Äh, Geld. Äh, Geld. Nein. Mach zu. Mach zu. Ah, geht nicht. Da, gemein. Ich stricke drüben. Zieh mal dran. Nein, dran ziehen. Ach, wenn man runter geht, dann sieht man die... Dingens. Juhu. Danke. Bülö. Hey, stech bei dir ein. Ich häng, ich häng. Warte. Okay, zieh mal runter. So, jetzt. Mach halt die ganze Arbeit grad, ne? Ja, wollte du nicht warten kannst. Ja eben. Dann rennt du nicht immer weg. Glauben, die gibt's nicht so viel. Okay. Dadurch, dass es 100% nie machen wollte. Den würde ich am geilsten hier, Michel. Jaja, mit der Kanone noch hinten hingeschossen, ne? Ja. Ja. Wie komme ich da hoch? Warte. Äh, genau. Ich zinke jetzt was an. Ich fockele jetzt ab hier. Danke. Danke auch nicht so mit dir. Gut, hab ich mich drum rum. Ich glaube, ich bin hier falsch. O, für die Toten. Die Totgeweihten grüßen dich. Äh, Michel. Aha. Wie wärs, wenn wir hier drüben lang gelaufen wären? Ja, das sieht ganz cool aus, ja. Hm. Okay. Die Toten werden gerufen. Ich hol mir einen runter. Hoi. Also unten, ja. Fahrstuhl. Was? Ach, Zeiss, wir haben die schon, äh, eigentlich nicht vermisst. Äh, was? Äh, Michel, wie bist du da hinten gelandet? Haha. Du musst doch links außen vorbei an der Wand lagen. Hm. Hm. Hol' ich, hol' ich mir nochmal einen runter. Also ein Fahrstuhl. Äh, ähm, holst du den nach einem runter? Äh, ähm, holst du den nach einem runter? Ähm, holst du den nach einem runter? Oh, genau. Oh, immer schön künderfreundlich bleiben. Ja, ja. Ich hol mir einen Fahrstuhl runter. Du musst jetzt die, die Fakul anzünden, ne? Äh, Zeus? Habe ich schon. Jetzt kommt man die dorten. Hast du alle vergessen? Hast du alle vergessen? Eigentlich müsste jetzt eigentlich alle sein. Nein, der oben ist noch einer. Oh. Äh, da. Äh, da. Äh, von dir gesehen, der Felsen, der aussieht wie so ein Schnabel. Schnabel? Mach da, jetzt hieß es auch. Und jetzt auch links rüber. Aber Lewis hier. Der kommt mal alle zum Strand. Jetzt, wo ich oben bin. Ja. Bis wohl bin ich so alter fühle ich. Ja. Is it rap? Das klingt ja ein bisschen. It's a rap. Ich spiele jetzt noch über. Habt ihr noch einen anderen Weg? Was ist das? Was muss ich? Über das Hausdach und dann in den Innenhof rein. Hinter dir. Hinter dir und was Hausdach, in den Hof wieder runter. Hier. Einfach runterspringen. Ja, lass ihr doch. Genau. Wir kriegen da doch allein hin. Bauparken, die genau an unserer Stelle und mitten in meinem Schiff. Ja. Was macht ihr denn? Oh. 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 O. Oh. Oh. wieso feier und die haben uns auf eine feier eingeladen das fliegt doch gut hat er gesagt der wille feier machen mit burritos haben wir ja ja da muss das diese zwei stunden monolog halten bis der energie oder müde sind wenn ich dann so wie sie das zwei stunden dialog halten mit blacktop bryer heißen würde ins gesicht jawohl sonst gehen nein 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 ich bin gespawnt und her ihr loser ich dachte vom gegner ja ich bin das ist ich bin nicht sie 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 ha, stopp ihr wisst 2 mit einer Kugel ja hab ich auch eben sehr geil jetzt hab ich keine Kugel mehr macht nix hier, ein Kugelsäckchen nö nur mehr Beute da hab ich unseren Freundlichen verloren cool Achtung, da ist Briar oh Briar geht ja auf die Füße okay oh sorry Aua naja, ich bin der Muni leer und Essen auch so so wo ist er oh Headshot jetzt wird schon gehen wer ist hier die Party geht doch gerade los Na Junta, hast du überlebt? okay hat mir geantwortet eigentlich nicht aber ich habe überlegt so eine eigene privatinsel mit das Ding vom Kopf jo danke gerne deswegen ich weiß auch gar nicht warum sich die beschwert wurden, dass ich die Leute hoch ankere es ist einfach wie schon absolut so 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 Ich werde geangelt. Na geil. Der Vater steht in der Riga. Mhm. Mhm. Geht's heute, ich bleibe bei Monkey Island. Schiffe raus, Schiffe raus. Oh ja. Hier ist die schwarze Erde. Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist auch die Black Pearl, die alte. Nur Schiffe raus. Die sind aber nicht schneller als sie. Ansätzen zu versenken. Wir werden schneller als sie. Kein Schiff ist so schnell wie die Black Pearl. Im vollen Wind vielleicht, aber gegen den Wind. Nicht. So geil, Mia. Ich liebe das Lied. Wir fallen jetzt ins Loch. Oh ja. Oh ja. Die, 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 die. Nein. Halt den Knopf gedrückt, ist das Lied weg. Jetzt kannst du nicht mehr spielen. Ja. Doch du kannst ja die da auswählen, die spielen willst. Ja, aber der Mischler hat ja noch nicht frei. Muss ja freischalten. Hm. Haben wir noch. Oh! was haben wir denn noch alles was macht denn die tröte hier das ist wenn du quasi im spiel redest kannst du ja lauter reden mit sehr cool da hat ein steiner ich hab doch ein krug bei mir schreibt sein pc hat sich neu gestartet am übrigens ein loch ich dachte dass ein wasserfall oder so ich nehme es mit also keiner ist aufgeräumt können wir mal raus aus dieser engen höhle oder muss hat ganz lang ist ein weiter genau was ich anhabe sieht man richtig nach munter tust du hast die chance du bist du da aus so ganz vernarbt du armes ding und tattoos von vulkanern von der herrschen da kommen auch die segel da war noch okay ich habe da ist aber schon wieder ein leck das ist ein wasserfall nicht alle hier sind wasserfall noch hat aber kein weg noch weil ich nämlich gerade nicht am steuer bin wechsel doch mal okay ohne war ich muss mir kurz das heißt steuer es ist nicht wieder ran bist du da bist du vor der segel hoch vor der segel hoch ja wohl ich arbeite dran jetzt muss ich wieder ran Wo müssen wir? Gegen das Kalzer Schiff schießen? Nein, ne? Nein! Okay Jetzt wird's mit euch auf der Insel bereits gepaart Ist das idyllisch mit der Mucke? Ja, ne? Ich hab ne Idee Oh, das klang vielversprechend Das klang doof, ja? Ja Theoretisch, Zeus, können wir doch ja ein bisschen was skippen, wenn wir uns reinschießen, oder? Ich kann Bitte? Wir fänden uns hier einfach nur durch Okay Na gut Wo ist denn? Ah, hier Ah, vorletze gewesen sein eigentlich Nicht geschafft Wo sind wir? Don't be chicken Latsch Latsch Dieser Hut I'm not chicken, Carlos Latsch Nein!! Du Hier ist ein Gotten Aber hier gehts weiter Ich bin doch bl regard Du wer mich heute spielen will Wo sind denn? nummer drei hier kannst du den schlüssel benutzen lauf alter mein lauf beide gleich mit gedanken Schützer. Schützer. Schützer? Oh, hier? Ja. Wir wollen den Gold! Wir wollen den Gold! Drink up, me Arties! Yoho! Yoho! Die Fackel! Sonst gibt's ja nix. Wir haben 20 pro Jahr seinen Döderrahmen gehabt. Ich höre die Hände! Eine Hände für eine 10! Pipe down, du Lilli-Liver-Lover! Hey, sende die Hände an David Jones! Es ist das Gold, die wollen! Ja! Wir wollen den Gold! Oh, wieder kein Doppelsprung! Hier lang! Schade! Der kann keinen Doppelsprung! Er hat auch keinen Gleiter! Haha! Wir wollen den Gold! Wir wollen den Gold! Drink up, me Arties! Yoho! Juhuuu! Hier geht's weiter! Ja, ich wollte mal kurz gucken, was das für ein Boot ist! Nichts! Jetzt hab ich gleich! Hier geht's auch los! Jetzt wieder los! Jetzt, ihr scurvy Skondrels! Jetzt, ihr scurvy Skondrels! Ich habe hier 10! Ein Hände für eine 10! Ein toter Esel! Ich bin Dirigent! so dann gehen wir mal weiter auf maves hat noch schraft jetzt mal gucken wie man da hoch kommt ach die schießen fleißig auf zeus ein schiff oh hier ist ne geisterhenne hello check checken nee zum hier essen ich sag tschüss cool wäre wenn man mit dem bahn jetzt so ein hildbild spielen könnte man so ganz schnell bekannt ein geisterpapagei laufen ich habe ja nur ein bisschen geguckt wir müssen hier vorne wieder hin in dieses teil zum aufzug und dann hoch da ist sie die alte henne henrietta boah geschafft da wird noch ein noch eine hier 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 Jetzt bin ich gerade verwirrt. Das klappt nicht. Bin ich der blind hinterhergerannt? Ja, fand ich gut. Häkkerschutz entdeckt. Ne, das machst du da hinten, das Zugteil. Ja, hier. Darüber. Zack. Jetzt können wir da drauf. Komm hier. Ah. Geht aber nicht mal alleine hoch, oder? Komm, dann schicke ich dich hoch. Ne, ich muss jetzt alleine hochgehen. Boah, vielleicht kannst du mich irgendwie da hochziehen. Na komm. Warte. Und jetzt. Jawoll. Noch weiter? Ne. Ja. Rechts links. Ah ok, das sind die Klappen von den Kanonen. Hm. Wow. Wow. Ja. 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 Das ist ja voll cool. Das dinget sich auch an, das geht ja nebenbei wieder ab. Ja. 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 Das passt, das Zeug ist rumgespringen, weißt du. das ist ein seil die klampfe geht im wasser nicht ich habe jeden das tor aufgemacht ja das ist für das boot ganz weit das weitergehen einfach mal durch wo schweine schweine im wälderl und bananen gerade gelöst dann machen wir das hier noch und dann würde ich sagen machen wir den nächsten tag das finale und dann könnte man mit monkey und denn wenn lust besteht also so storting hier finde ich cool die chance kohle sind noch mal einen tacken schwieriger als die beiden und schatz kann man schließen jetzt umsonst gefolgt ich habe die dinge schon ewig gemacht dann gucke ich mal weiter vielleicht finde ich ja noch ein speedboot oder so ich bin wieder am anfang ich kenne jetzt die abkürzung ich glaube ich habe gerade zu drüben zu gehen aber das ist das easy zu auf den weg folgen warte mal habe ich bei dem weg sogar schummelt ne ohne die plattform ausgeführt ja jetzt sind wir wieder hier setz dich mal drauf was macht die zwei gibt ne bloge doch die habe ich schon und jetzt hier lang müssen wir doch auf mich ja kurz warten dass die auch noch vorbeikommt ok ich komme ich bin über die du musst die leiter wieder hoch dann springst du also ich sehe dich durch die gitter genau genau und du hast hier drüben mir die plattform ja eigentlich recht hätte eigentlich nur weitergehen müssen wenn man gute schafft man das auch nur mensch du kannst du nicht zu weit weg ist möchte auch noch mal hier drüben mit dem teil ausrichten du hast hier zwei seite drinnen ok achso das ist die und die andere ist bei mir drüben ist das für das andere naja so auch jetzt das ist doch besser jetzt zu mir hier und jetzt einfach nur noch hier lang nö siehst du hier noch mal kurz abbiegen da platz nehmen der goldene tron ok so dann gehts weiter game of thrones kampfarbeit ja du rennst ja auch immer weg ja und so beschwert ich auch nicht vielleicht seid ihr auch zu langsam du kannst ja nicht davon ausgehen dass jemand wie mich hätte das hat noch nicht so oft gemacht hat gleich in der da kommt weiße eben ich habe auch nicht vorderungen durch zu werden ich bin mir das auch ein bisschen angucken ja dann schau dir das spektakel an brennt alles ohja jetzt seht so dann genauso wie meine tatoo und meine poperze ne die brennen nicht ok ok hochhele bürg mir mir steht wo hast du gelesen was mache ich das buch hast du gelesen ne es ist ja auch der kist klack cool ein von geister auf die runde sie ist gerade ist ja fast wie ein wurf an der wollte nicht irgendwer meine ja was eine granate schenken eine 185 mm so nenne ich die hessie munition auch gerne Hasch, haschisch. Hier. Weil die Haschisch-Muni. Hast du Haschisch in der Tasche, hast du immer was zu naschen. Ja, aber wenn der Panzer schießt, dann ist alles weg. Dann ist Schluss mit Naschen. Ist ein Britischer. Oh. Aua. Ist der Kinderwerfer. So. So. Too slow. It's burning. Well, why would he won't happen if our paths crossed the Cain? Your Madeline's given Sparrow. Time to reach the power of Sparrow. And with him goes the only treasure that could take us to the living world for some real fun. So. That's why Barbosa sent me, to make sure you get what you lose. So. Watch and learn, shitmates. So. 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 극atif. Und... so, schraubig. Leckdog Ryan! Da ist ein Schiff! Immer noch! Der bleibt hier. Wer hat eigentlich Anker geschmissen? Ich nicht. Ich auch nicht. Sorry. Was? Ich war es auch nicht. Auch wenn ich aussehe wie ein Strafenarbeiter. So bestimmt die Geister. Oder Jünter. Jünter, ey. Jünter war ja ganze Zeit bei uns. Ist aber auch gleich vorbei. Guck mal Jünter an! Mitchell! Geil. Komm, wir spielen wieder hier unser... Unser? Ne. Was denn? Ja, das gefällt Günther aber gar nicht. Dafür dem Affen. So, hoffe ich. Tja. Komm, dann spiel mal Günther mal einen auf. Ich könnte immer andere Namen draufpacken. Ne, das will er auch nicht. Immer noch das. Das ist mir so doof, Alter. Scheiß Publikum. Ja, genau. Schieß weg, die Sau. Nicht getroffen. Kunst geht gar nicht damit. Ja, die schwarze Perle. Ist das Hamburg? Oh, hier. Oh, schau mal daneben. Die fliegende Holländer. Was machen die Niederländer hier? Tja. Ich habe einen Dörren, ich habe einen Dörren, ich habe einen Dörren, ich habe einen Dörren. Und das ist das Ding. Ich habe eine Dörren, ich habe einen Dörren, ich habe einen Dörren. Was ist das? Ich bin aschisch. Junge, ich will mal zum Arzt gehen, du läufst es ein bisschen. Ja, Ingo, stimmt bitte nicht. Was ist denn mit Carsten los? Ja, warte. Oh, jetzt. Blau macht fröhlich. Boah, er guckt mal die Bart an. Ja. Warte. Nee, dee, dee. Dee, 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 dee. Dee, 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 dee. Ah, guck mal, da sind sie ja wieder. Vertauscht. Cooler Bart. Joa. Der will die körmich auch drauf. Joa! Oh, das fehlt uns ja noch ein bisschen Kopfhau. Wurde umgeklebt. Das war jetzt echt die Laternen im Barzeln ausspannen. Ja, stimmt. Geil. Oh, die bekriegen sich da. Und gleich kommt El Krakow. Oh. Ich sollte mal umdenken. Oh ja, die Kanone hat aus dem Mario geklaut. Das ist M nach unten auf dem Rad drauf. Was für die, was? Bei der Kanone, das Rad, M. Ah, stimmt. Schon ein halbes W. Wo? Auf dem Rad. Kann doch eine 3 sein. Das W steht für Winner. Das weiß er nicht mehr. Das weiß er nicht. Für Wurfgeschoss. Wuchtgeschoss. So. Hm. Okay. Wenn mich einer sucht, möchte ich meinen Stuhl eingenommen. Stuhl? Oh, das ist der Krakow. Oh, das ist der Krakow. Ich schweige mich. Ich schweige mich mit so einem Lachen und Entfernung, dass der Krakow in sich selbst, genau wunderschönsend ist, wer es kam von. Ich glaube, ich könnte mich nur beruflich sein, und dann schweige mich zurück in die Dämpfe. Had es nicht schweigte die Farbe von meinem Precious Black Pearl. Precious. Oh, das war so. Verpasst. Now, as to what happened next, that's the tale to be told by a man whose thirst has been quenched. Taverne der Verdammten. Verdammt nochmal. Endlich saufen. Naja. Feierabend Bier. Krok. Ja, und dann ist eine Stunde Ruhezeit. Ja, auf jeden Fall. Erstmal was kochen und was essen. Ja, würde ich sagen. Machen wir 19 Uhr Fortnite? Boah, so in etwa. Nachdem wie langs Kochen und Essen dauert. Hast recht mehr. Kannst doch schon am Kochen essen. Könnte ich. Das stimmt. Fängs an zu grillen. Mhm. Ganz genau mir. Genießen. Michel, ich bin weg. Wo bist du? Oh. Oh. Wie geht das? Ah. In Kanone klettern. Hoppala. Was drück ich da? Oh ne dicken Finger. Cool. Das ist live, Alter. Geil. Und Musik dabei gespielt. Bei mir. Ich überleg grad wie das in der Therapie hieß. Da hab ich mich wieder vergessen. Hm. Das langsame Essen. Und so. Das Aufmerksamkeitstraining. Das ist auch so das Training gewesen. Ja ne. Aber jetzt. Ich gucke das hier. Ich gucke das hier. Normalerweise Fleisch und Bluttypes werden verabschieden. Ich liebe dieses Hund. Aber ich will nicht mehr auf deine Todes. Jönter. Da hab ich doch Jönter aus dem Boyparasie. Ja. Aber echt. Schmeiß ihn weg. Genau. Böser Hund. Böser Hund. Guck mal da und Tisch enttanzen. Oh. Der Jake. Machen wir die Zähne auseinander. Nuscheltier. Aufmerksam. Außerdem. Ich brauche mich nicht. Ich brauche mich nicht. Das ist der erste Ort, den ich hier gefunden habe. Wobei ich mich hier gefunden habe. Wobei ich mich selbstverständlich verabschiede. Und keiner hat mich versucht. Also. Ich brauche mich aufmerksam. Ich brauche mich aufmerksam. Weil ich eine Eternation von historien zu erzählen. Oi. Ich habe meinen Kompass. Aber ich habe mich dort zurückgebracht. Oh. Also du hast die Perle. Ich weiß. Ich glaube nicht, dass das mich hier rauskommt. Ich will in jedem Spiel ein Banjo haben. Das ist geil. Volles geiles Lied auch, ne? Das ist der Kapitän Jack Sparrow. Nein. Ich glaube nicht. Ein Kapitän hat sich nicht verlassen. Oder seine Führung. Und nur mit seiner Moustache, dass ich den wunderschönen Freude zu erinnern habe. Herr Arthur Pendragon. Kapitän der Black Witch. Es waren Piraten wie dieser, die mir geholfen haben, als ich meine Führung verloren habe. Und meine Hoffnung mit ihnen. Sie mich erinnern, dass unsere See of Thieves ist ein spezielles Ort. Ein Ort, wo du bist ein Pirat. Und ein guter Mann. Ein Ort, wo alles möglich ist. Auch wenn du dich mit diesem Idiot fallst. Dort, wo wir stärker zusammen sind. Ein Ort, wo wir nichts mehr brauchen, als die öffnen Waffen. Und ein Schiff unter unseren Fuß. Ein Ort. Das ist jetzt ohne Lemmy von Motorhead. Hinter der Teufel auf dem Boden. Da, Lemmy. Ja. Schöne Rede. Hast du recht. Oh, hier. Bitteschön. Ja, ne? Ja, ne? Hehehe. Ja. Schickidoi. Wunderschönen guten Abend. Passendes Lied dazu. Hehehe. Oh. Jack Sparrow ist weg. Ich meine, Captain Jack Sparrow. So. Ha. Ist das sowas wie ein Glory Hole, nur wo eine Hand rauskommt? Ja. Ja. Oh, ja. Hm. Los, holt ihr auch einen Krug. Boah. Wo? Können sie die an der Bar? Bei Teddy. Es gibt eine Bar? Achja. Hi Teddy. Sieh deinen Krug. Krug erfüllen. Äh. Ich hab gesehen, da war einer. Hier. So. Mach voll. So. So. Und rechts posten. Und dann weg das Zeug. Go. Oh, geil. Der wieder gar nicht leer. So wie die Geschichte. Ah, doch jetzt ist er leer. Das ist ein 3 Liter Kug. Ich dachte eher an die Geschichte. wo Odin mit dem riesen Wettsaufen macht. Mir ist ganz duselig. Wie ist mir denn? Mir ist ganz duselig. Oh Gott. Ich schwank ein bisschen. Äh. Ich will auch. Warte. Ich kann nicht richtig laufen. Warte. Da ist irgendwo eine Jungfrau mehr. Ja. Schnell. 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 Er kann nicht. Komm. 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 Schneller. Schneller. Komm. Oh. Oh. Nur ein Stück. Ja. Geschafft. Oder? Ja. Prost. Ne? Hey. 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 Da kann ich schießen. Aua! Oh cool, jetzt haben wir auch so einen. Schkoll! Captain? Oh, ich spiele auch mit dir. Was mach ich? Ich spiele drei auf. Das können wir definitiv noch mal da vor Ort anrufen. Weil wir brauchen sehr viele Vorräte. Okay. Und Sonnenaufgang wie bei Platoon. Ach, was schön. Jo. Beautiful. Beautiful. Aber sowas von. Nächstes Mal ein Speedshot mal. Ja, eigentlich. Ich glaube, wir werden Clipper stellen, wenn das hier rum ist. Ach, wie schön. Wo sind wir jetzt? Bei Assassin's Creed Black Flag? Nee, wir sind in... Nee, wir sind in... Mh, zurück, ne? Nowhere. Unterkies, blauer Ozean. Für. Im Lone Cove. Ja, ich nehme an, die Story war dann jetzt fertig, ne? Ja, das ist fertig, ne? Ja, okay. Weil der ausgequatscht hat. Fertig. Ah, ja. Simons Graon abgeschlossen. Mhm. So. Joa, dann... Bis nachher. Ja, genau. Gehen wir mal wat... wat essen. Jo. Dann sagen wir so 19 Uhr spätestens, 19.5.8. Joa, könnte, könnte. Wie wir... Wir schreiben im Discord. Aber ich denke schon, so, die Uhrzeit. Vielleicht ist Maeve nachher oder... Ja, eben. Eben. Vielleicht packt das wieder. Gut, gut. Ja, mal schauen. Dann bis später. Alles klar. Bis später dann. Tschüss. 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 Tschüss.